Herzlich Willkommen bei Yoga Today. Heute widmen wir uns der Kamadkarasana. Die Kamadkarasana ist eine Pose, die leichte Rückbeugen beinhaltet, sowie Schulter- und Armkraft fordert. Setz dich doch bequem hin, leg die rechte Hand auf den Boden und streck den linken Arm über den Kopf aus. Neig dich nach rechts und atme in die linke Flanke ein und aus. Lass die Schultern schön entspannt sinken. Mit der nächsten Einatmung richtest du dich wieder auf, legst die linke Hand auf den Boden, streckst den rechten Arm über den Kopf aus und neigst dich nach links. Spürst noch ein bisschen nach. Einatmen, zurückkommen in die Mitte. Mit der Ausatmung legst du den Kopf auf die rechte Seite, das rechte Ohr sinkt zur Schulter hinunter. Mit der Ausatmung den Kopf nach vorne runterrollen und mit der Einatmung den Kopf nach links rollen. Das linke Ohr sinkt zur Schulter. Ausatmen, den Kopf nach vorne rollen. Einatmen, nach rechts rollen. Ausatmen, zur Mitte rollen. Ausatmen, zur Mitte rollen. Im eigenen Atemrhythmus weitermachen. Ganz gemütlich, synchron mit der Atmung. Dann roll deinen Kopf wieder zur Mitte, vorne runter. Mit der Einatmung richtest du deinen Kopf wieder auf. Mit der Ausatmung den Kopf nach links wenden. Einatmen, zurück. Ausatmen, nach rechts wenden. Einatmen, zurück. Im eigenen Atemrhythmus weitermachen. Lass die Schultern Richtung Boden fließen. Spür die Länge deines Rückens. Dann verschränk deine Hände. Lass deine Handgelenke kreisen. Und die Richtung wechseln. Und das letzte Mal die Richtung wechseln. Langsam auflösen. Mit der Einatmung streck dich zur Decke. Mach dich lang. Ausatmen. Ausatmen, dreh dich nach rechts. Einatmen, zurückkommen zur Mitte. Arme hoch. Ausatmen, nach links drehen. Fahre fort in deinem eigenen Atemrhythmus. Einatmen, Arme anheben. Ausatmen, Arme senken. Ausatmen. Ausatmen, langsam lösen. Leg die Hände auf deine Schultern. Lass deine Ellbogen große Kreise zeichnen. Wechsle die Richtung. Ausatmen. Langsam lösen. Komm in einen Vierfässerstand. Schau, dass die Handgelenke unterhalb der Schultern sind. Zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Stell deine Zehen auf und heb die Knie einen Zentimeter vom Boden ab. Roll deine Schultern zurück. Und wieder langsam senken. Mit der Ausatmung machst du einen Katzenbuckel. Einatmen, Rücken strecken. Ausatmen, Rücken rund machen. Einatmen, Brustbein anheben. Blick nach oben. Fahre fort im eigenen Atemrhythmus. Mobilisiere deine Wirbelsäule. Und dann komm zurück in eine neutrale Position. Stell nochmals die Zehen auf und heb die Knie einen Zentimeter vom Boden weg. Und langsam die Knie wieder senken. Lass die Zehen aufgestellt. Setz dich auf die Fersen. Verschränke die Hände und lass die Handgelenke kreisen. Wechsle die Richtung. Schau, dass alle Zehen aufgestellt sind. Auch die kleinen. Dann komm nochmals in einen Vierfüßerstand. Die Handgelenke unterhalb der Schultern. Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Mit der Einatmung den rechten Arm zur Decke hinaufziehen. Mit der Ausatmung führen wir den Arm nach links durch. Einatmen, öffnen. Ausatmen, schliessen. Einatmen, öffnen. Ausatmen, schliessen. Noch einmal. Einatmen, öffnen. Wir wechseln die Seite. Mit der Einatmung den linken Arm anheben. Ausatmen, nach rechts durchführen. Einatmen, öffnen. Ausatmen, schliessen. Noch einmal. Einatmen, öffnen. Ausatmen, schliessen. Einatmen, öffnen. Und dann die Hand zurücklegen. Schieb dich zurück in den Down Dog. Bewege die Beine. Ein Bein nach dem anderen beugen und strecken. Auf der Stelle laufen. Wir aktivieren die Rückseite der Beine. Und dann beide Beine strecken. Dann blick zwischen die Hände und lauf gemütlich nach vorne zum vorderen Mottenrand. Lass zuerst einfach mal alles hängen. Vielleicht magst du auch deine Ellbogen fassen. Deinen Oberkörper ausschütteln. Atmen. Und mit der nächsten Einatmung Wirbel für Wirbel aufrollen. Spür nochmals die Länge in deinem Körper. Lass die Schultern sinken. Mit der Einatmung nimmst du die Arme nach oben. Streckst dich. Ausatmen. Nach vorne abtauchen. Uttanasana. Bleib in Uttanasana. Atme. Nimm wahr, wie sich deine Körperrückseite anfühlt. Einatmen. Arda. Du kannst dabei auch die Hände auf die Unterschenkel legen. Und dann beide Beine beugen. Stell den rechten Fuss nach hinten. Lege dein Knie ab und richte dich auf. Dein Steißbein zieht Richtung Boden und nach vorne. Setz deine Hände ab und steig ins hohe Brett. Roll deine Schultern zurück. Mit der nächsten Ausatmung langsam senken. Auf den Boden legen. Einatmen. Cobra. Mit der Ausatmung über die Knie zurückstossen in Down Dog. Lauf nochmal auf der Stelle. Beweg die Beine. Schieb dich nochmals gut nach hinten. Streck dann deine Beine. Zieh deine Schultern weit weg von den Ohren. Stell dann deinen rechten Fuss zwischen die Hände. Lege dein linkes Knie auf den Boden. Und richte dich auf. Nimm die Dehnung im linken Hüftbeuger wahr. Und dann zieh den linken Fuss mit nach vorne. Einatmen. Ardha Uttanasana. Ausatmen. Uttanasana. Nimm nochmals ganz bewusst wahr, wie sich deine Körperrückseite anfühlt. Und mit der nächsten Einatmung den Rücken strecken. Mit geradem Rücken die Arme nach oben nehmen. Ausatmen. Gebetsposition. Einatmen. Einatmen. Arme anheben. Ausatmen. Vorne abtauchen. Uttanasana. Einatmen. Ardha. Ausatmen. Die Hände absetzen. Wir steigen nach hinten ins hohe Brett. Leg die Knie ab. Stell die linke Hand in die Mitte. Leg die Füße aufeinander und dreh dich nach rechts auf. Die rechte Hand zieht zur Decke. Einatmen. Becken senken. Ausatmen. Becken wieder anheben. Einatmen. Senken. Ausatmen. Anheben. Noch einmal. Komm zurück in die Mitte. Streck wieder deine Beine. und senk dich langsam wieder auf den Boden. Einatmen. Cobra. Ausatmen. Zurückstoßen in Down Dog. Schieb dich gut nach hinten. Senk nochmals die Knie Richtung Boden. In die rechte Hand in die Mitte. Und dreh dich nach links auf. Einatmen. Senken. Ausatmen. Becken anheben. Einatmen. Einatmen. Senken. Ausatmen. Anheben. Noch einmal. Komm zurück ins hohe Brett. Senk dich langsam wieder auf den Boden mit der Ausatmung. Einatmen. Cobra. Ausatmen. Zurückkommen in Down Dog. Nimm nochmals ganz bewusst deinen Down Dog wahr. Nach der Ausatmung blicken wir zwischen die Hände. Laufen oder springen nach vorne. Einatmen. Ardha Uttanasana. Ausatmen. Ausatmen. Uttanasana. Einatmen. Mit geradem Rücken die Arme anheben. Ausatmen. Gebet Position. Einatmen. Arme anheben. Ausatmen. Vorne abtauchen. Uttanasana. Einatmen. Ardha. Rücken lang. Die Hände absetzen. Nach hinten laufen oder springen. Durch ein Vinyasa fliessen. Wir treffen uns im Down Dog. Mit der nächsten Einatmen kommen wir zurück ins hohe Brett. Legen die linke Hand in die Mitte. Drehen uns nach rechts auf. Die rechte Hand zieht zur Decke. Die Füsse stellen wir hintereinander auf. Komm zurück in die Mitte und fliessen durch ein Vinyasa. Nimm die Version, die für dich stimmt. Wir treffen uns im Down Dog. Mit der Ausatmung den rechten Fuss nach vorne stellen. Linke Ferse setzen. Arme anheben. Krieger 1 Position. Zieh deine rechte Hüfte zurück. Richte dich aus in Krieger 2. Die Hüfte ist dieses Mal nach links geöffnet. Ausatmen. Die Hände vorne abstellen. Durch ein Vinyasa fliessen. Wahrnehmen, wie sich dein Körper anfühlt. Mit der Einatmen kommst du zurück ins hohe Brett. Legst die rechte Hand in die Mitte. Öffnest dich nach links. Füsse sind hintereinander aufgestellt. Komm zurück in die Mitte und fliessen durch ein Vinyasa. Mit der Ausatmung den linken Fuss nach vorne stellen. Die rechte Ferse setzen. Arme anheben. Krieger 1 Position. Zieh deine linke Hüfte zurück. Richte dich dann zur Seite aus. Krieger 2 Position. Ausatmen. Ausatmen. Die Hände wieder vorne absetzen und durch ein Vinyasa fliessen. Wir treffen uns im Down Dog. Atem fliessen lassen. Nach spüren. Nach der Ausatmung Blick zwischen die Hände. Nach vorne laufen oder springen. Einatmen. Arda. Ausatmen. Uttanasana. Ausatmen. 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 Mit geradem Rücken die Arme hochnehmen. Ausatmen. Gebetsposition. Nochmals einatmen. Arme hochnehmen. Ausatmen. Vorne abtauchen. Einatmen. Arda. Ausatmen. Hände absetzen. Durch ein Vinyasa fliessen. Ausatmen. Ausatmen. Wir treffen uns im Down Dog. Blick zwischen die Hände und komm nach vorne zwischen deinen Händen in einen bequemen Sitz. Streckt dann deine Beine nach vorne in die Höhe. Navasana. Setz deine Füße wieder ab. Stell deine Hände hinter dir auf. Die Finger zeigen Richtung Gesäss. Und heb dein Becken an. Schau, dass deine Knie nicht auseinander gehen, sondern immer noch die Beine schön parallel halten. Becken wieder langsam senken und nach hinten laufen oder springen. Durch ein Vinyasa fliessen. Zurück in Down Dog. Mit der Ausatmung den rechten Fuss nach vorne stellen. Linke Ferse setzen. Einatmen. Krieger 1. Ausatmen. Lehn dich nach vorne. Die Hände ziehen nach oben. Einatmen. Zurück in Krieger 1. Ausatmen. Nach vorne lehnen. Und die Hände hinten hochziehen. Einatmen. Aufrichten. Ausatmen. Nach vorne lehnen. Einatmen. Krieger 1. Ausatmen. Hände vorne aufstellen. Und durch ein Vinyasa fliessen. Zurück in Down Dog. Dann schau noch mal zwischen die Hände. Komm nach vorne in einen Sitz. Und streck die Beine wieder hoch zur Decke. Bauchnabel reinziehen. Die Füsse wieder absenken. Hände hinten aufstellen. Schultern zurückrollen. Und das Becken anheben. Platziere den Kopf so, dass es für dich angenehm ist. Und wieder senken. Nach hinten laufen oder springen. Durch ein Vinyasa fliessen. Wir treffen uns wieder im Down Dog. Atmen. Mit der nächsten Ausatmung den linken Fuss nach vorne stellen. Rechte Ferse setzen. Einatmen. Krieger 1. Ausatmen. Ausatmen. Nach vorne lehnen. Und die Arme hinten hochziehen. Einatmen. Aufrichten. Ausatmen. Nach vorne lehnen. Einatmen. Aufrichten. Ausatmen. Nach vorne lehnen. Einatmen. Aufrichten. Und ausatmen. Die Hände absetzen. Durch ein Vinyasa fliessen. Treffen uns im Down Dog. Spür nochmals in deinen Körper hinein. Ein paar Atemzüge hier bleiben. Nach der Ausatmung blick zwischen die Hände. Nach vorne laufen oder springen. Einatmen. Arda. Ausatmen. Uttanasana. Einatmen. Mit geradem Rücken die Arme hochnehmen. Ausatmen. Gebetsposition. Wir bleiben hier für einen Atemzug. Und mit der nächsten Einatmung die Arme über die Seite nach oben nehmen. Ausatmen. Vorne abtauchen. Einatmen. Arda. Ausatmen. Die Hände absetzen. Und nach hinten steigen ins hohe Brett. Wir legen die linke Hand in die Mitte. Öffnen uns über rechts. Stellen den rechten Fuss hinter uns ab. Und schieben dann das Becken zur Decke hinauf. Öffnen unser Herz. Lassen den Arm sinken. Und langsam zurückkommen in die Mitte. Durch ein Vinyasa fliessen. Ausatmen. Im Down-Dog ein paar Atemzüge bleiben. Atmen. Stell den linken Fuss nach vorne. Komm in Krieger 1. Senk deine Schultern. Falte die Hände. Die Zeigfinger aufeinanderlegen. Blick zu deinen Händen. Ausatmen. Ausatmen. Die Hände lösen. Vorne auf den Boden absetzen. Durch ein Vinyasa fliessen. Wir treffen uns im Down-Dog. Atme ein und komm nochmals ins hohe Brett. Leg die rechte Hand in die Mitte. Öffne dich über links. Den linken Fuss hinten aufstellen. Und dann den Körper öffnen. Zur Decke. Becken und Brustbein ziehen. Zur Decke hinauf. Den linken Arm Richtung Boden sinken lassen. Und dann zurückkommen in die Mitte. Ins hohe Brett. Durch ein Vinyasa fliessen. Wir treffen uns im Down-Dog. Mit der nächsten Ausatmung den rechten Fuss nach vorne stellen. Linke Ferse setzen. Einatmen. Krieger 1. Verschränkt nochmals die Hände. Zeigfinger aufeinander. Kali Mudra. Blick zu den Händen hinauf. Ausatmen. Die Hände lösen. Auf den Boden aufstellen. Und durch ein Vinyasa fliessen. Treffen uns im Down-Dog. Spür nochmals in deinen Körper hinein. Lass deinen Atem fliessen. Und dann kannst du die Knie langsam auf den Boden absenken. Komm in die Kindsposition. Child's Pose. Entspannen. Atem fliessen lassen. Das wär's gewesen für heute mit Kamatkarasana als Peak Pose. Geniess noch die Child's Pose. Und ich verabschiede mich für heute von dir.